Der Test des Samsung S95C QD OLED TVs ist im vollen Gange. Das Review-Video erscheint ja bald hier auf meinem Kanal, aber bevor das losgeht, habe ich jetzt ein paar Dinge quasi auf dem Herzen, die ich mit euch jetzt schon vorab klären möchte und euch zeigen möchte. Denn ich habe während des Testes am Samsung S95C so einige Dinge festgestellt, die ich jetzt mit euch hier in diesem Video schon mal vorab behandeln möchte. Ja, wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. Denn ich habe am Samsung S95C so einige Dinge festgestellt, wo ich sagen muss, wow, darüber freue ich mich, wunderbar, dass Samsung das endlich gefixt bekommen hat. Aber es gibt auch so einige Dinge auf der anderen Seite im negativen Sinne, wo ich sagen muss, ah, das hätte jetzt nicht sein müssen, das ist ziemlich kritisch. Ich würde sagen, von diesen ganzen Dingen nehmen wir uns ein paar raus jetzt für dieses Video und das behandeln wir jetzt hier. Beginnen wir mit der positiven Sache, der großen Sache, wo ich sagen muss, wunderbar, dass es endlich geklappt hat, dass das gefixt wurde. Wovon spreche ich? Und zwar spreche ich von der SDR Filmmaker Mode Kalibierung. Wobei ich schon sagen kann, das ist auch anwendbar auf die HDR Filmmaker Mode Kalibierung. Im Tech Impression Video zum S95C haben wir ja schon festgestellt, dass die Kalibierung im Vergleich zum S95B eine ganz andere Richtung annimmt. Dass Samsung hier eher eine grünliche Durchzeichnung anwendet, um dieses rot-rosane, was die QD-Ole-Technik ja beim S95B damals schon ziemlich deutlich gezeigt hat, herauskalibriert. Und da habe ich mir gedacht, das schauen wir uns jetzt mal im direkten Zeit-by-Zeit-Vergleich mit dem S95B an. Denn beim S95B habe ich ja damals stark kritisiert, dass Hauttöne viel zu kräftig wirken, alles so ein bisschen kunti-bunti ist, viel zu kräftig durchzeichnet. Und das habe ich durchaus als negativ betrachtet und haben wir auch damals im Vergleich zum A95K deutlich gesehen, dass diese eine wesentlich bessere Kalibierung hatte und gezeigt hat, wo die QD-Ole-Technik zu in der Lage ist. Schauen wir uns jetzt mal den Zeit-by-Zeit-Vergleich zwischen S95B und S95C an. Und hier ist ziemlich deutlich zu erkennen, dass die Kalibierung des S95C dem Filmmaker Mode wesentlich näher kommt als jene des S95B. Das sieht man mit dem bloßen Auge, da braucht man gar nicht einen großen Vergleich machen, dass der S95B hier komplett abdriftet in der Darstellung, viel zu kräftig, viel zu überzeichnet, alles total rötig durchzogen, das hat der S95C jetzt überhaupt nicht mehr. Hauttöne wirken total neutral in der Darstellung, wir haben keinen extremen Blackwash mehr in der Darstellung, alles wirkt relativ homogen und neutral. Und da hat Samsung wirklich was ordentliches auf den Fernseher gezaubert, wenn man so möchte, im Vergleich zum S95B ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das kommt der Darstellung vom S95C ziemlich nah an den A95K und dem LG G2. Ich würde schon fast sagen, eine Symbiose aus beiden. Der G2 war ja auch eher ein bisschen grünlich durchzeichnet. Der A95K hatte ja die perfekte Farbdarstellung. Das zusammengemischt ergibt den S95C, würde ich sagen, so von, wenn man das mal so als Eindruck vermitteln möchte. Auf jeden Fall freue ich mich da riesig drüber, dass Samsung dieses Problem endlich gelöst hat und dass der Filmmaker Mode endlich brauchbar ist. Okay, bevor das Video jetzt weitergeht, habe ich ein kleines Anliegen in eigener Sache. Ihr wisst ja, mein Kanal ist zu 100% selbstfinanziert und wenn ihr euch da schon mal in diesem Zusammenhang gefragt habt, ob ihr meinen Kanal irgendwie unterstützen könnt, habe ich für euch hier die perfekte Lösung. Und zwar findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu meiner Kaffeekasse, zu meiner Tipi-Stream-Seite, wo ihr ohne separate Anmeldung mir eine kleine Unterstützung zukommen lassen könnt. Ich danke euch auf jeden Fall für euren Support und wünsche euch nun weiterhin viel Spaß mit diesem Video. Nun komme ich zu einer Sache, wo ich sagen muss, das ist etwas, da bin ich doch eher negativ eingestimmt. Es ist jetzt keine große Katastrophe, aber es ist etwas, was ich auf jeden Fall nicht verschweigen möchte. Und zwar geht es um den Autostatic Brightness Limiter. Das ist ja ein Thema, was wir vor allem bei den LG OLEDs in den letzten Jahren ziemlich quälend gehabt haben und jetzt im Jahr 2023 endlich gefixt wurde und dieses Problem nicht mehr herrscht. Und dementsprechend habe ich natürlich jetzt auch beim Samsung S95C einen Autostatic Brightness Limiter-Test durchgeführt. Und ich habe diesen Test verglichen mit dem S95B und dem AG G3 EVO OLED TV. Und hier ist mir aufgefallen, dass der S95C tatsächlich ein kleines Problem mit dem Autostatic Brightness Limiter hat. Er performt hier auf keinen Fall auf dem Level des AG G3 EVO OLED TVs. Dieser reagiert sehr blitzschnell, rasant auf einen Inhaltswechsel in schwierigen HDR-Situationen mit wenig Licht- oder Kontrastwechsel. Da ist der S95C sehr träge in der Darstellung. Er wird relativ langsam quasi wieder wach, bis er gemerkt hat, oh hier bewegt sich ja was. Im Vergleich zum S95B ist das aber eine ganz andere Ebene. Der S95B hat hier ein komplettes Problem mit dem Autostatic Brightness Limiter. Da übertrifft er ja fast schon die Vorgängergeneration der AG OLED TVs. Der ist sehr, sehr dunkel, wenn die HDR-Inhalte sehr komplex werden. Der S95C hat jetzt dieses Problem in diesem Sinne nicht so extrem wie der S95B, ist aber sehr träge. Sobald es dazu kommt, dass das Bild mal abdunkelt, braucht er relativ lange, bis er es quasi wieder gecheckt hat, dass er wieder aufhellen muss. Der AG OLED hier an der Stelle ist dann eine ganz andere Ebene. Dieser reagiert sehr schnell auf einen Inhaltswechsel inzwischen in Kontrast-armen Situationen von HDR-Inhalten. Da ist es definitiv zu sagen, dass dieser qualitativ besser ist. Auf jeden Fall wollte ich euch sagen, dass hier der Autostatic Brightness Limiter eher ein bisschen kritisch zu beäugen ist, dass dieser auf keinen Fall perfekt ist. Okay, das dazu. Machen wir nun weiter mit einem Thema, was mir persönlich sehr wichtig ist, vor allem an die Leute, die den S95C jetzt schon haben. Um was geht es? Und zwar geht es um die HDR-Spitzenlichtdarstellung. Das ist durchaus ein Thema, was letztes Jahr beim Samsung S95B sehr kritisch war. Mit den ersten Firmware-Revisionen hat Samsung hier eine sehr starke Kurve gefahren, wodurch HDR-Highlights sehr stark ausgebrannt sind. Das hat Samsung dann im Laufe des Jahres durch Firmware-Updates gefixt, wodurch der Filmmaker-Mod da wieder repariert wurde und man Details jetzt besser sehen konnte in den HDR-Highlights und dass das alles nicht mehr total überspitzt wirkte. Dennoch kann man beim S95B weiterhin die HDR-Kompression nicht deaktivieren. Dafür kann man dies jetzt beim Samsung S95C. Aber mal unabhängig davon habe ich mich natürlich gefragt, sind diese Lichtspitzen wieder da? Und da habe ich natürlich jetzt einen Zeit-Per-Side-Vergleich zwischen dem S95B, welcher ein aktives Ton-Mapping verwendet, durchgeführt mit dem S95C, welcher jetzt hier das aktive Ton-Mapping nicht verwendet. Und da haben wir gesehen im Zeit-Per-Side-Vergleich, dass die Bildqualität ungefähr auf dem gleichen Level ist, wenn wir uns die hellen Bereiche mal so anschauen. Da brennt nichts aus, da ist nichts überstrahlt. Wunderbar. Wenn man jetzt aber beim Samsung S95C die HDR-Kompression auf aktiv stellt, dann schaltet sich ja das Ton-Mapping wieder dazu, das Dynamic Ton-Mapping, wodurch dann natürlich Lichtdetails, Lichtspitzen wieder entstehen. Tatsächlich ist es beim Samsung S95C so, dass dieser wieder diese Lichtspitzen produziert und HDR-Highlights total ausbrennen lässt. Das ist etwas sehr Kritisches und das sollte man als S95C-Besitzer definitiv wissen, dass man das deaktivieren sollte. Also man sollte die HDR-Kompression auf statisch halten, sodass dann natürlich dementsprechend 1 zu 1 die HDR-Darstellung gewählt wird und der S95C dort nichts hinzudichtet. Das ist ein sehr wichtiges Detail an der Stelle, weil das zerstört die HDR-Darstellung extrem. Das Bild wirkt zwar auf den ersten Blick ein bisschen heller, ein bisschen kräftiger, ein bisschen lebendiger, aber ihr zerstört euch damit die HDR-Darstellung quasi auf Anhieb, auf Knopfdruck, wenn man so möchte. Ihr bekommt dadurch sehr viele Details in den hellen Bildbereichen nicht mehr mit, weil alles so ein bisschen glänzend überzeichnet wirkt. Auf jeden Fall solltet ihr das wissen, dass der Samsung S95C hier ein bisschen rumsaut, was das Dynamic Ton-Mapping angeht und ihr dies definitiv deaktivieren solltet. Und ja, das waren jetzt die Dinge, die ich mit euch hier in diesem Video teilen wollte, bevor mein großes Review-Video erscheint. Das sind für mich so Themen gewesen, wo ich sagen muss, das kann ich nicht mehr zurückhalten, das wollte ich mit euch teilen, um euch zu zeigen, das ist vor allem beim S95C jetzt besonders besser geworden. Und das sind so Dinge, wo ich sagen muss, da solltet man drauf aufpassen, das ist ein bisschen schwierig bei dem TV. An sich bin ich schon gespannt, was mein großes Review-Video dann zum S95C sagt, was ich dort alles 100% feststellen werde und für euch in einem Video verarbeiten darf. Das wird auf jeden Fall sehr spannend, ich bin voll dabei, dieses Video zu produzieren, das kommt in den nächsten Wochen hier auf meinem Kanal natürlich online. Ja, und wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, solltet ihr natürlich das kostenlose Abonnieren meines Kanals nicht vergessen, sowie das Aktivieren der Glocke. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt eine schöne Ole-Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!